Wolke Hegenbart im siebten Himmel. Erst am Freitag macht die schöne Blondine ihr neues Liebeslook mit dem unbekannten Oliver via Facebook offiziell. Da taucht sie auch schon auf dem ersten roten Teppich der ARD Blue Hour mit ihm auf. Verliebt posieren die beiden für die Kameras, geben sich aber noch ganz schüchtern. Keine Interviews heißt es da noch. Doch auf der bunte und BMW Festival Night sieht das dann schon ganz anders aus. Da verrät uns Wolke doch tatsächlich, dass die junge Liebe gar nicht mehr so jung ist. Wann und wo hat es denn gefunkt? Auf einer Hochzeit wie im Film. Letzten Sommer. Ihr kennt uns schon ein bisschen. Oder haben wir später gefunktet? Ne, ne, schon damals. Ich mache halt keine halben Sachen und ich glaube er auch nicht. Wolke und Oliver wollten sich also sicher sein, bevor sie ihr Glück mit der ganzen Welt teilen. Dafür aber jetzt so richtig. Der Schritt vor die Kameras fühlt sich da natürlich besonders schön an. Also für mich ist es ja gut und eher gewohnt. Da müsste ich jetzt auch lieber fragen. Alles entspannt. Ich habe meinen Spaß. Super. Endlich dürfen es alle wissen. Wäre ja auch zu schade, wenn sich dieses entzückende Paar noch länger verstecken würde.